Der hat eine Stimme, wenn der so neben einem steht und dann zu singen anfängt. Wir haben ja schon einige zu nähen, wir haben Auftritte miteinander gemacht. Ja, genau. Großartig. Und ich habe heute dem Publikum schon gesagt, Sie dürfen sich was wünschen. Ich rufe jetzt gleich bei den Leuten zu Hause an. Also legen Sie jetzt bitte auf, ich melde mich gleich bei Ihnen. Und jetzt, wir kennen uns so lange, dürfte ich mir was wünschen. Ja, aber gerne. Von dir jetzt hier a cappella. A cappella? Ja. Vor einem Millionen Publikum. Ja, nein, ich kenne dich ja von den Auftritten und meine Damen und Herren, dieser Mann singt etwas, das glauben Sie gar nicht. Der singt jetzt für uns, wenn du das machst. La Montanara, singst du La Montanara? Ja, gerne. Okay, meine Damen und Herren, ohne Musik, hier live im Silvesterstadl, Rudi Giovannini. Bitte. Danke. La super le montagne, fra boschi e valli d'or. Fra lastre ruppi e cheggia, un cantico d'amor. La super le montagne, fra boschi e valli d'or. Fra lastre ruppi e cheggia, un cantico d'amor. 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 Vielen Dank.